Liebes Bernsteam, nein, heute zauber ich kein Kaninchen aus dem Hut, sondern die drei Gewinner der diesjährigen Berns Weihnachtsaktion. In dem Weihnachtspaket, was jeder Mitarbeiter ja dieses Jahr bekommen hat, war unter anderem eine weiße Berns Weihnachtskugel. Von dieser konntet ihr ein Foto einsenden und somit an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir ermitteln jetzt die drei Gewinner. Der Gewinn ist dreimal ein Klebegutschein im Wert von 200 Euro. So, großer Trommelwirbel. Der erste Gewinner wird jetzt von mir gezogen. Nochmal gut durchmischen, nicht, dass wir hier pudeln. So, ich ziehe mal ganz unten. Wir machen es noch ein bisschen spannend. Ich kriege es nicht auseinander mit den Handschuhen. Der erste Gewinner ist... Wir gehen ins Bänger! So, wir haben aber noch zwei weitere Gewinner, die ich jetzt hier ermitteln werde. Ich mische nochmal einmal ganz kurz durch. So. Ich ziehe nochmal von ganz um. Oh. Das Kaninchen wäre ein bisschen einfacher gewesen. So. Koppelwirbel. Jonas Faust. Herzlichen Glückwunsch! So. Last but not least. Jetzt der letzte Glückliche. Oder die Glückliche. Oder das. Wieder ganz unten. Tadah! Lennart Habers. Herzlichen Glückwunsch! Das war es von mir an dieser Stelle für euch. Vielleicht sieht man sich bei der nächsten Gewinnschlags schon wieder. Ciao! Tadah! Vielen Dank.